Ja, komm schon, Alter, wenn, jetzt, jetzt, komm, du kriegst ihn, du kriegst ihn jetzt Ich stehe da so richtig vorsichtig, los, feuer, oh Gott, warum feuerst du nicht? Oh mein, ja, GG auf jeden Fall, Alter, GG Hey Freunde, was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video Hier auf meinem Kanal, Freunde, und wir spielen mal wieder eine Runde Mörder Die letzte Folge kam mir auch mega gut bei euch an Ich hab aber diesmal mir gedacht, dass wir das ohne, äh, irgendwelche Challenge machen Einfach mal normal eine Runde Mörder spielen Wir haben wieder eine 2% Mörder Chance und 2% Detective Chance Das wird auf jeden Fall mal nichts, wir sind wieder innocent Der Mörder bekommt nämlich jetzt schon mal sein Schwert, das ist schon mal ganz nice Äh, Gold könnte auch hier irgendwo in der Ecke mal rumliegen Hier liegt allerdings gerade keins Da drin liegt ein Gold, ja, da kommst du ja gar nicht hin, ja, das ist ja auch super Äh, Pflicht, und einer ist gestorben worden Das hat gerade geknackt, Alter Oh, Gold, direkt bei mir gespawnt, geil Oh, der kann's vielleicht sein Ah, der Gold, gib mir das Gold Oh, da ist wieder einer gestorben Ich hab grad so gedacht, das wär der Typ Wir gehen nicht immer hoch, das ist nämlich dieser Ah, der hat einen Bogen Der hat schon mal den Bogen, den folgen wir mal, der könnte uns das Leben retten Hier sind Leute gestorben Hier sind ganz viele Leute gerade gestorben Hier ist noch einer Ich weiß nicht, wer es ist, könnte das der Schwarze sein Ja, der ist es, der ist es, oh mein Gott, schnell weg hier Okay, na, da hätte ich jetzt eh nicht viel sehen können, weil ich gerade in die Ecke gelaufen bin Aber wir wissen, wer es ist Komm, wir haben 7 Gold Wir müssen dringend Gold sammeln Hier liegt noch Gold 6 Innocent Left Okay, das sind die nicht Der liegt noch Gold, da haben wir gleich einen Bogen Okay, hier lag doch ein Gold Und schon wieder einer gestorben Und noch einer, oder ist er ja, oh Gott Oh Gott, oh Gott Ich hoffe, der wirft nicht so so ein Schwert oder so Ah, ha Bats, Alter Easy Kill, Alter Ja, so haben wir gewonnen Okay, wir sind wieder Innocent Vielleicht schaffen wir uns ja wieder den Mörder einen richtigen Strich durch die Rechnung zu machen Hier, den haben wir gerade richtig rasiert, Alter Das war richtig geil, Alter So richtig umgedreht und zack Okay, von denen ist es anscheinend keiner Das hätten wir jetzt nämlich gesehen Äh, Gold, ist hier noch irgendwie Gold? Ist wieder eine gestorben Hier ist nichts mit Gold, ich brauche Gold, Alter Es gibt eine Map, da findest du in der Mitte immer richtig viel Gold Aber in den Maps hier ist das irgendwie nie der Fall Der Detective ist tot Da liegt Gold Endlich, erstes Gold, oh Gott Hier stehen wieder ständig Leute, es sind nur noch 8 Innocent Ich hab erst ein Gold, Mann Oh, Mörder ist tot, ja gut Guck mal, da unten sind wir gleich wahrscheinlich wieder Das ist wieder genau die Silber-Map Jetzt geh mal in eine andere Map Ist auch kein Wunder, wir haben ja nur 3% Mörder-Songes Es ändert sich halt immer wieder, wenn ich ein Meer-Match spielen würde Aber ich spiele das Spiel nicht so häufig So, mal gucken, wer der Mörder ist Und mal gucken, wie er wieder gewinnt Oh, der hat gerade ordentlich ausgeteilt Oh, Bogen Ich glaube, ich weiß, wer es ist Ich glaube, ich weiß, wer es ist Easy Das war so easy Also, das hat man gesehen Weil die hatte gerade da die gekillten und ist dann weggerannt Das habe ich gesehen Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Runde Wenn es hier so langsam, so schnell vorbeigeht Die Runden rattern eine nach der anderen weg Und wir haben jetzt 4% Detective-Chance und 3% Mörder-Chance Das ist aber echt sau viel Hier, wir sind immer noch innocent Und wir haben bisher jede Runde gewonnen Bisher hat der Mörder nie eine Chance gehabt Hier ist einer gestorben Wir holen hier mal schnell rüber, so Gut, da ist nichts passiert Das kann man nämlich hier kaputt machen Dann fliegst du da runter Ich glaube, hier ist er lang gelaufen Alter, hier sterben immer wieder Oh Gott, ja Nice Ach, guck mal, da bin ich selbst Hallo, wie geht's dir denn? Liegst du da so schön? Es ist bequem da unten Wir haben diesmal sogar 4% Mörder-Chance Und 5% Detective-Chance Ist auf jeden Fall schon mal ganz geil Und, äh, das ist der Jump-O-One hier Wenn nicht alles so in deinem Gesicht rumlaufen würden Wäre das so eigentlich ganz einfach, diesen zu machen Oh, wir sind Detective, okay Das ist das erste Mal, dass wir jetzt endlich mal was anderes sind Muss man mal gucken Ne, der ist nicht in den richtigen Finden Ich weiß, was Ja, nice Das war er Los, tötet ihn Da oben ist doch ein Bogen Wo ist der Bogen hin? Ich habe doch eben noch einen Bogen Ah, jetzt ist der wieder getopft worden Toll, da war er Nice, auf jeden Fall Komm, schnapp ihn dir Los, du kannst doch hoch jetzt Ja, komm schon Alter, jetzt, jetzt komm Du kriegst ihn, du kriegst ihn jetzt Steht da so richtig vorsichtig Los, Feuer Oh Gott, warum feuerst du nicht? Ja, komm Du jetzt Schnapp dir den Bogen Toll Der Mörder wird gewinnen Das ist nur noch ein Inneres left Oh, sie hat einen Bogen Sie hat einen Bogen Schieß Nein, oh Gott Oh, oh Gott Ich habe gedacht, sie wäre gerade tot, Alter Lauf Lauf Oh nein Ja Nein, das ist, glaube ich, keine gute Idee Nein Oh Gott Dreh dich um Sag bitte, dass du noch einen Bogen hast Ja, der Detektiv-Bogen Jetzt, los Feuer Oh Gott Oh Gott, Alter Wenn sie die Runde jetzt noch schafft, ne Alter, das ist aber echt eine krasse Runde hier, ey Mal gucken, was jetzt hier passiert Oh, die ist echt nicht gut im Bogen schießen Aber wenigstens hat sie den Detektiv-Bogen Da bin ich Noch 60 Sekunden, der Mörder wird verlieren Oh Gott Das wäre zu geil, wenn wir jetzt die Runde auch noch gewinnen Haben wir jede Runde gewonnen 34 Sekunden Oh mein Ja GG auf jeden Fall, Alter GG Richtig geil Auf jeden Fall, Freunde War es das mit dem Video Also, wenn euch dieses Video gefallen hat Dann lasst doch einfach mal eine gute Bewertung Da würde mich mega freuen Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, Freunde Habt noch einen schönen Tag Haut rein und tschüss Bis zum nächsten Mal